Wir haben einen schönen Tag mit Wörsli Tick. Wir fahren an mit einem selber geschriebenen Stück. Du hast nicht mehr gehört, und du hast auch mal geschrien, wie in Jonas. Nein, nicht mehr oder nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Wie ist es? Wie ist es? Nein, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018